Text von Barbara Pittner Das Kunstmuseum Bayreuth zeigt Bilder von Menschen. Ein Bild, das einen Menschen zeigt, ist ein Porträt. Das Porträt zeigt das Gesicht von dem Menschen. Das heißt, der Mensch auf dem Bild sieht andere Menschen an. Die Menschen, die vor dem Bild stehen, sehen diesen Menschen an. Und die Menschen auf den anderen Bildern in der Ausstellung schauen auch zurück. Darum heißt die Ausstellung Schau mich an. Die Ausstellung zeigt Bilder von 100 Künstlerinnen und Künstlern aus 100 Jahren. Die Ausstellung zeigt Bilder von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und aus anderen Ländern. Diese Künstlerinnen und Künstler malen zu verschiedenen Zeiten. Sie malen mit verschiedenen Techniken. In ihren Porträts zeigen sie die Menschen mit ihren Gefühlen. Und sie zeigen, was diese Menschen erlebt haben. Die Bilder von diesen Künstlerinnen und Künstlern sind in den vier Stiftungen und in den Sammlungen von dem Kunstmuseum Bayreuth. Menschen malen gerne andere Menschen. Auch Künstlerinnen und Künstler malen Bilder von Menschen. Die Bilder zeigen verschiedene Menschen. Es sind Soldaten, Tänzerinnen, Musiker, große oder kleine Menschen, dicke oder dünne Menschen, arme oder reiche Menschen. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Manche Menschen sind traurig. Manche schauen ernst. Manche machen sich Sorgen. Manche haben Angst. Manche feiern und tanzen. Manche Menschen kämpfen. Manche sitzen einfach nur da. In den Gesichtern von den Menschen sind diese Erfahrungen zu sehen. Die Künstlerinnen und Künstler haben auch sich selbst gemalt. So ein Bild ist ein Selbstporträt. In den Selbstporträts von den Künstlerinnen und Künstlern zeigen sie ihr eigenes Leben. Einige Künstlerinnen und Künstler malen nicht mehr nach dem Weltkrieg. Es fällt ihnen schwer, denn sie wissen nicht, ob sie noch Menschen malen können. Die Ausstellung wird am 12. März 2023 eröffnet. Die Bilder sind dann bis zum 4. Juni 2023 zu sehen. Zu der Ausstellung gibt es einen Katalog. Das Kunstmuseum bietet zusätzlich viele Veranstaltungen an. Bei diesen Veranstaltungen erklären Leute vom Kunstmuseum diese Ausstellung. Weitere Informationen zu diesem Angebot stehen auf der Homepage www.kunstmuseum-bayreuth.de. Auch die barrierefreie Infostation an der Museumskasse zeigt das Gebärdenvideo von Thomas Zeidler und Barbara Pittner. Die Barrierefreie Infostation an der Museumskasse zeigt das Gebärdenvideo von Thomas Zeidler, Untertitelung des ZDF, 2020